Hallo zusammen. Vor kurzem hatten wir bei uns das Circular Economy Symposium. Dort war das das malige Kernthema sinnvolle Mobilität. Im Rahmen davon haben wir einen Wettbewerb gestartet, was man alles aus alten Fahrzeugen bauen kann. Eines von den Projekten, das entstanden ist, ist das hier. Das heisst Fügermobil. Fügermobil ist eine Bäckerei und diese Bäckerei liefert über Mittag immer Essen aus. Wer das gemacht hat, war die Firma Touroelektrik. Touroelektrik ist ein Ingenieurbüro, die arbeiten unter anderem auch für uns und machen Elektronik- und Elektrikentwicklung im Automobilbereich. Das ist doch eine geniale Idee. Die haben also ihrem Mittagsversorger ein Fahrzeug gebaut, das ihnen besser Essen bringen kann. Gemacht haben sie das im Bud Spencer Look. Bud Spencer war ein Filmschauspieler, der so ein ähnliches Fahrzeug einmal in einem Film gebraucht hat. Sie haben hier eine grosse Box zu bauen. Diese Box hat eine Isolierung. Das heisst, das Essen bleibt immer schön warm. Ich finde es ein tolles Fahrzeug. Steilecht mit Windschutzscheiben, Steilecht mit Blaulicht, Steilecht auch mit einem Mikrofon, um einen Durchsack herauszugeben, dass zum Beispiel das Essen gerade serviert wird. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.